Mein Sohn, Leute, herrscht uns zurück zur Let's Play. To Rise of the Tomb Raider. Ich sag den Titel nie richtig. Ah! Okay, ganz ruhig. Die werden zwar alarmiert sein. Jetzt sch- Wieso treffe ich die nicht? Alter, dieser Bogen. Scheiße. Ey, erzähl mir doch keinen. Den hab ich jetzt getroffen. Fuck. Ja, da war sie. Ich treffe nicht richtig, aber egal. So, da war noch einer. Ich geb dir auch mal gleich Feuerschuss. Hä? Ist da einer hinter mir? Okay. Dios míos, Kopfschussi. Oder auch einfach in den Bauch rein. Ich bin auch ne Einheimische. Nee, das war vielleicht nicht so schlau, wie ich's gemacht hab, aber ich bin trotzdem stolz, was ich getan hab. Aber wie's kann. Öh. Ach, ziehen und werfen. Ja. Wird schön. Dann hätt ich wahrscheinlich hier Feuerfeile machen können, ne? Oh, Feuerfeile, was hab ich hier geliebt. So modernen Scheiß die alle haben. Wir machen uns bereit. Ich war auf dem ersten Flug nach Sibirien, um die alte Sowjetanlage zu schützen. Jetzt kommen jede Minute mehr an. Konstantin hat für die Neuen eine Rede gehalten. Ich habe mir das angesehen. Ich höre ihm gern zu. Wird nie langweilig. Der Glaube war nie was für mich. Das waren immer nur Worte. Das hier ist mehr. Es ist die Wahrheit. Ich war kaputt. Aber Trinity macht uns wieder ganz. Gibt uns ein Ziel. Eine neue Welt wartet. Selbst die, die nicht glauben, werden eine Rolle spielen. Warum meinst du denn, dass kaputte Menschen super anfällig für Sekten sind? Die Sekte heilen nämlich nicht das Problem. Die nutzen dein Problem aus, um sich selbst zu heilen, meistens mit Geld. Total luminos. Oh, hätte man das hier sprengen können? Was soll ich mit dem Ding hier machen? Kann ich das kaputt machen? Ups! Oder hätte ich damit das Ding anmachen müssen? Ich habe keine Ahnung. Ja, Mongolisch habe ich leider nicht gelernt. Griechisch ist auch mal... Oh, oh! Ups! Gerade auf Stufe 1. Ich sollte den nicht so hier rumwannen. So, schon viel besser. Wäre natürlich jetzt wieder nice, wenn ich treffen würde. Boah, geil! Hast du gesehen? Headshot. Hä? Ich sehe dich nicht, Mädchen. Wolltest du uns denn rennen? So, wo gehst du lang? Gehst du hier runter? Gehst du da hoch? Oh, oh. Junge, ich habe zwei Pfeile an dir vorbeigeschossen und das hat dich null interessiert. Wir haben das Erkundungsteam noch nicht gefunden. Das ist immer noch unser Primärziel. Aufpass! Die sind aber ziemlich grenztivil. Ich meine... Oh, da war ein Pfeil. Werd ich attackiert? Werd ich irgendwie angeschossen? Von einem Loop, der es nicht kann? Nein, wir laufen weiter. Also schon wieder ein Pfeil. Oh, die fliegen aber heute tief. Da hinten ist irgendwo mein Ziel. Okay, gut zu wissen. Ich laufe hier nämlich planlos durch die Gegend rum. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ja, das ist doch nicht der Baum, wo ich dann hier hoch soll. Wäre da rum die Tode nicht mehr. Wäre die schlecht, wollte ich sagen. Wäre nice. Ist sie irgendwo wieder so ein Pener? Ne, sie duckt sich ja auch nicht. Rösen Krähen. Ist kein gut... Aber muss ich vielleicht zu der Leiche von dem Amt tippen? Die da so im Entwurf angeschossen wurde oder... Achso, oder einfach da hoch? Also, ich werde gleich wahrscheinlich die Schausel runter machen. Ich erkenne gar nichts. Warte, Leute, da war ein Versteck, so ein Dings, ne? Ich muss hier hoch. Achso, das war ja dieses Arschloch-Monolithen-Ding, was ich nicht lesen konnte. Ja, das ist... So. Das hilft mir überhaupt nicht. Da kann ich hoch. Das ist wohl dann, was ich wahrscheinlich die Seilbahn benutzen muss, was ich vorher nicht gemacht habe, sondern einfach hier stumpfen rumlaufe und dann irgendwelche Leute... Weil ich es kann. So, und wo war die Truhe? Ja, dafür ist es ein bisschen zu spät, will ich mal meinen, ne? Oh, ich bin so blöd. Ich muss den Weg zurückgehen. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Jetzt habe ich das erkannt. Weil ich es komplett vergessen habe. Ich bin ja beim Camp und ich muss hier einfach nur ein Räumchen hoch. Und dann da rüberspringen. Naja. Shit happens. Okay, hier ist das Ding, aber ich... Der Bär. Gucken wir den Bär nicht einfach abschießen. Ich meine, da habe ich wahrscheinlich eine Giftpfeile geholt, oder? Geil, wie sie geht in Bären? Jetzt wäre mal eine Frage. Wo genau ist denn das Kackvieh? Ich sehe es nicht. Das ist so gerade mein Problem, ne? Kann ich hier hoch? Hängt er da in der Ritze fest? Bärchen, Bärchen, Bärchen. Bärchen. Schön, dass du die Karte aktualisierst. Zu innen zum Kämpfen. Ich locke ihn raus. RP. Das müsste doch helfen. Ich sehe nichts. Ich sehe leider nichts. Oh, ich wollte gerade sagen, renn Mädchen, renn. Also rennen ist irgendwie nicht so, ihr ist, ne? Mädchen, rennen! Also irgendwie rennt sie nicht. Jetzt aufstehen. Aufstehen. Ey, cool. Ich bleib an einem scheiß Felsen hängen. Also das hier ist ja echt hier wieder... Nee, bleib mal schön hier. Ich wollte nur so ein bisschen austricksen. Oh weh, der Kopf wird jetzt von vorne getriggert. War das RB, oder? Oh. Vielleicht keine Dingsis mehr. Das ist scheiße. Ich habe Glück gehabt, wenn du hier bist. Ich komme aber auch irgendwie nicht auf diesen scheiß Baum. Dass ich von da oben einfach drauf schießen könnte, weißt du? Also wie verarscht. Das ist ja kein Pfeil. Was willst du mir erzählen? Die kann ich locker schießen. Okay, ich sollte rennen. Ah, fuck, Mann. Ähm, heilen. Bitte aufstehen und rennen. Wahrscheinlich gibt es halt voll das schlaue System und so und ich bin einfach zu dämlich. Oh, geil. Endlich. Ich will jetzt mal auseinandernehmen. Du bist ein richtiges Arschloch. Kack, Bär. Ehrenfell. Ja, ernten. Äh, ich stelle mich bei solchen Sachen recht lieblich an. Hätte ich vorher vorher mit viel Wert gebrannt. Ein bisschen Öl. Will ich den Kanister mitnehmen, sondern den man nicht werfen können? Also kann es doch schön hinterher erstmal immer schlauer. Den Wimmel, äh, die Kissen, nein, doch. Alles mitnehmen. Pilze mitnehmen. Hm, das hätte gerne Menschen gegessen. Und da ist ein Yam Yam Re. Scheiße, ich habe eine Kiste, wo sind die da im Lager? Aber egal. Was licht da Schönes? Eine Schriftrolle. Was licht da Schönes? Ich hatte ihnen etwas und sagte, dass dieser Ort geheim bleiben müsse. Ich weiß nicht, ob der Prophet überlebt hat, aber ich folge ihren Spuren. Niemand entkommt dem Trinity-Orden. Äh, doch. Ah, die Tore hatte ich immer nicht. Die kann ich auch machen. Bums. Halbautomatische Pistole. Cool. Okay, mein Problem ist nur, ich... Ach, da muss ich lang. Danke. Ach nee, kaputt machen. Diesmal kein Wasser für unsere kleine Wasserratte. Oh, verdammt. Spuren der Verlorenen Stadt. Ähm, okay. Scheiß drauf, ich mache jetzt die Rollen los runter. Ich sehe kaum etwas. So, und ich weiß nicht warum, jetzt sehe ich schon besser. Okay. Viel besser. Jetzt erkenne ich doch endlich mal hier was. So, kein Wasser. Hä? Wie wäre es mit springen? Was sagen? Oh, oh. Ups. Naja, immerhin. Wie ist denn abgefädelt? Ach, dann komme ich halt wieder da hoch und dann... Das ist quasi der Rück... Also... Ja, Rückwillshort, Gott, keine Ahnung. Halt, hier ist noch ein Geheimnis. Der Prophet und seine Anhänger sind im Schutz der Nacht gereist. Auf einem gewundenen Pfad entlang der Grenze des östlichen Reiches. Ich weiß nicht, wohin sie wollen. Und ich vermute, sie wissen es auch nicht. Aber sie wissen, dass wir sie jagen, bis die Ketzerei ausgelöscht ist. Das Gesindel im Grenzland gibt ihm Unterschlupf. Und ich finde es seltsam, dass mir keiner, der ihm geholfen hat, etwas von Belang sagen will. Selbst wenn ich mit dem Zorn Trinities drohe oder ihnen ein Messer an die Kehle halte, schweigen sie weiter. Sie sterben, ohne zu verraten, was sie wissen. Der Prophet hat eine seltsame Macht über andere. Noch ein Grund, ihn zum Schweigen zu bringen. Okay. Das ist ein sehr freundlicher Orden, ne? Oh, oh. Äh, ich gucke mich erst mal anders um, ja? Ansonsten weiß ich ja, dass ich da auf Easy Peasy Limb Squeezy schwimmen gehen kann. Oder will ich es schaffe, da rauskomme. Scheiße, das wird echt kalt. Ja. Und der Timer sagt Ciao Kakao. Also würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin schon auf einer schönen Tag und wei. Bye. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.